war das jetzt kraftvoll eine tim session mit euch mit der leben ross vita transformation minuten mit leichtigkeit mit freude wir haben uns von eidenschwüren gelübden befreit schaut euch das interview an ist es geht ganz kurz nur in die theorie und dann sofort in die praxis also wer bereit ist und sich jetzt entscheidet seine alten hindernisse und blockaden glaubenssätze und so weiter ein für alle mal bis auf zählen loszulassen der ist genau richtig dankeschön und